unterwegs mit der beta alp 200 das video heißt in überschrift herbstzeitlosen warum das zeige ich euch jetzt das sind die herbstzeitlosen sind zwiebelgewächse sind auch giftig aber ist ja nicht es ist ein wunderschön pflanzen und weil naturfreunde keine angst ich habe keine kaputt gemacht jetzt auch wieder vorsichtig herausschieben schöne pflanzen wenn hier ein traktor durchfällt der macht mehr kaputt also ich fahre wieder so raus dass ich keine verletzten keine kaputt mache so ein kurzes video zur herbstzeitlosen bin auf so einem feldweg und links das große industriegelände arbeiten noch leute hier ist noch ein stückchen natur hinter diesen ganzen hecken ist der isa kanal jetzt fahre ich weiter hier ist 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 hier ist